Ein Workout, das ganz deinen Beinen und deinem Po gewidmet ist. Gut, oder? Hey, ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Weiter geht es mit der Summer Body Serie 2023. Wenn du die Workouts nacheinander machst, empfehle ich dir, dieses an dritter Stelle zu machen. Also nach dem Workout für Rücken und Arme. Wenn du dir das Workout erschweren möchtest, darfst du super gerne Gewichtsmanschetten dazunehmen. Ich verlinke dir die, die ich im Workout nutze. Wir sind die komplette Zeit auf der Matte und ich freue mich riesig, jetzt ein bisschen mit dir zu leiden. Ready? Zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's! Wir starten jetzt gleich im Vierfüßlerstand. Und du fängst dann an, mit deinem linken Bein zu arbeiten. Ich arbeite mit rechts, damit wir uns danach zueinander drehen können. Also komm auf deine Unterarme, deine Knie unter der Hüfte. Drück die Schulterbette weit auseinander und leg die Fußrücken ab. Aktive dein Powerhouse. Zieh deinen Bauchnabel rein Richtung Wirbelsäule. Und jetzt fleckst du deinen linken Fuß. Und mit der Ausatmung schieb das Bein im rechten Winkel nach oben und einatmen, geh wieder zurück. Ausatmen hoch und wieder tief. Wir wollen aus dem Gesäß arbeiten. Bleib fest vom Rumpf. Zieh nach oben und geh wieder tief. Drück die Ferse Richtung Decke. Ausatmen hoch. Einer mehr. Achtung, jetzt halten wir oben und ganz kleine Bewegungen nach oben. Ganz kleine. Dein Gesäß soll arbeiten, dein Powerhouse ist aktiv. Halte. Und jetzt pointest du den Fuß weg. Streck das Bein lang und ausatmen. Zieh es wieder ran. Einatmen weg, strecken und ausatmen, ranziehen. Denk daran, wir bleiben stabil vom Rumpf. Immer wieder ranziehen. Lang weg und zieh ran. Vier Stück noch. Die letzten drei. Kontrolliert, es ist nur der Unterschenkel, den du bewegst. Achtung, jetzt halte das Bein lang gestreckt, haltes gestreckt, Rainbow. Tappe über das rechte Bein und mit der Ausatmung geh zur Seite weg. Einatmen über das rechte Bein und ausatmen zur Seite. Tappe rüber, als ob du einen Halbkreis formen möchtest. Beide Hüftknochen bleiben währenddessen nach unten gerichtet. Beide Schulterblätter weiterhin auseinander gedrückt. Spannung vom Powerhouse. Drück dich weg von der Matte währenddessen. Ausatmen. Einatmen über das rechte Bein. Ausatmen zur Seite. Weg von der Matte. Und jetzt halte mittig und wir gehen mit dem Bein tief und mit der Ausatmung wieder hoch. Und es ist keine Bewegung aus unserem unteren Rücken, sondern eine Bewegung aus dem Bein und dem Gesäß. Ausatmen hoch. Vier Stück noch, dann machen wir kleine oben. Drei mehr. Lang gestrecktes Bein, pointe den Fuß. Halte oben und ganz kleine Bewegung hoch. Ganz kleine, weiter in den seitlichen Brustkorb atmen. Die letzten und jetzt drehen wir uns zueinander. Komm auf deinen rechten Unterarm, linke Hand, linkes Bein lang gestreckt und jetzt zieh dein Knie Richtung Ellenbogen und wieder wegdrücken. Einatmen, ranziehen und ausatmen. Einatmen und aus. Arbeite nur aus dem Bein. Drück dich weg von der Matte. Einatmen, ran und ausatmen, wegstrecken. Spannung halten vom Bauch. Immer wieder lang weg. Wir sind zueinander gedreht. Achtung! Single Leg Bend. Zieh zweimal die Ferse nach hinten und wieder strecken. Ran, ran und einatmen, strecken. Ran, ran und einatmen. Mach die Bewegung groß, aber kontrolliert. Zweimal die Ferse nach hinten und dann langgepointet nach vorne wieder strecken. Ein letztes Mal. Bring das Bein nach unten tief, komm einmal zurück in die Kinnsposition, streck dich lang. Sehr gut. Wir arbeiten gleich mit dem anderen Bein, also drehen wir uns nachher auch voneinander weg. Komm wieder auf deine Unterarme. Wir fangen im Vierfüßlerstand an und für dich ist es jetzt das rechte Bein. Ich nehme das linke Bein. Flex den Fuß und mit der Ausatmung schieb das Bein nach oben und ein wieder zurück. Im rechten Winkel, Ferse Richtung Himmel. Aktiviere deine Gesäßmuskulatur. Drück die Schulterblätter weg voneinander und zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Zieh nach oben. Vier Stück noch. Dann machen wir wieder kleine Bewegungen oben. Die letzten drei. Zwei mehr. Kontrolliert. Achtung. Halte den letzten oben und ganz kleine Pushes nach oben. Ganz klein. Vier. Drei. Zwei. Pointe den Fuß. Streck das Bein lang weg. Long Leg Lift. Ausatmen, ranziehen, flex. Einatmen. Und ausatmen, wieder ranziehen. Es ist wieder nur der Unterschenkel, den wir bewegen wollen. Lang wegstrecken. Und ran. Die letzten vier. Dann kommen wir zum Rainbow. Drei mehr Pointe. Ausatmen, flex. Zwei Stück. Ranziehen. Einer mehr. Und jetzt wieder lang strecken und über das linke Bein weg mit der Einatmung. Ausatmen, Rainbow zur rechten Seite rüber. Einatmen, über das linke Bein. Und nach rechts weg. Von einer Seite zur anderen. Als ob du mit deiner Fußspitze einen Halbkreis malen möchtest. Und beide Hüftknochen zeigen weiterhin Richtung Boden. Dreh die Hüfte nicht auf. Einatmen. Lang gestrecktes Bein. Ausatmen zur anderen Seite. Powerhouse aktiviert. Kipp nicht mit der Hüfte von rechts nach links. Es ist nur dein Bein aus dem Hüftgelenk. Wir machen noch einen und dann kommen wir zur Mitte zurück. Geh noch einmal nach rechts. Komm zur Mitte. Und hebe das Bein an. Mit der Ausatmung hoch. Und dann wieder tief. Long Leg Lift. Lang gestrecktes Bein. Fuß gepointet. Zieh das Bein lang nach oben. Ohne aus dem unteren Rücken zu kompensieren. Wir halten die Spannung vom Bauch. Ausatmen hoch. Achtung. Halte oben. Ganz kleine Bewegungen oben. Ganz kleine. Gleich drehen wir uns wieder weg voneinander. Bereit? Dreh dich weg von mir. Komm auf deinen linken Unterarm. Deine rechte Hand vor die Brust. Dein rechtes Bein weit gestreckt. Und mit der nächsten Einatmung bringen. Dein Knie Richtung Ellenbogen. Und ausatmen. Wieder lang machen. Einatmen. Ranziehen. Und ausatmen. Zieh ran Richtung Ellenbogen. Und streck das Bein wieder weg. Ran. Und rück. Vier Stück noch. Dann kommt der Single Leg Band für zwei. Drei mehr. Schultern weg von den Ohren. Ein letztes Mal. Bring die Ferse zweimal zum Po. Ran. Ran. Und lang strecken. Ausatmen für zwei. Und einatmen. Sechs mehr. Stabil bleiben vom Oberkörper. Letzten vier. Drei mehr. Immer wieder strecken. Zwei. Einer mehr. Ausatmen. Und ein. Setz das Bein ab. Wir kommen kurz zurück in die Kindsposition. Streck dich lang. Mach die Arme lang. Atme kurz in den Bauch. Bevor wir in Bauchlage gehen. Komm einmal tief. Setze die Hände aufeinander. Leg deine Stirn auf. Deine Handrücken ab. Streck die Beine lang. Du kannst auch kurz mit den Fersen von rechts nach links gehen. Den unteren Rücken lockern. Und dann pointe die Füße. Und dann pointe die Füße. Aktive dein Powerhouse. Und mit der nächsten Ausatmung hebe dein rechtes Bein an. Einatmen. Geh wieder zurück. Und ausatmen dein linkes Bein. Dein Powerhouse bleibt aktiv, damit du aus dem Bein und aus dem Gesäß arbeitest. Bauchnabel wegziehen von der Matte. Schambein leicht tief drücken. Zieh nach oben. Und tief. Wir heben die Beine immer einzeln an. Und es geht nicht darum, dass du super hoch kommst. Es geht darum, dass du das Bein lang gestreckt hältst. Jetzt arbeiten wir nur mit dem rechten Bein. Hebe es hoch. Winkel es an. Bring die Ferse zum Po. Streck es wieder lang. Und geh tief. Nur das rechte Bein. Ausatmen hoch. Anwinkeln. Einatmen. Lang strecken. Und tief. Lass dir Zeit. Ausatmen hoch. Ranziehen. Zurück. Und tief. Powerhouse aktiv. Schambein tief drücken. Vier Stück noch. Dann nehmen wir das linke Bein hoch. Versuch, den Oberschenkel jedes Mal vom Boden zu lösen. Dreimal mehr. Lass deine Stirn auf den Händen liegen. Zwei mehr. Ein letztes Mal. Und dann wechseln wir auf die linke Seite. Streck das Bein wieder lang. Leg es ab. Das linke Bein. Powerhouse aktivieren. Heb es hoch. Bring die Ferse zum Po. Einatmen. Wieder lang strecken. Und ablegen. Kontrolliert. Beide Hüftknochen bleiben auf dem Boden. Ausatmen. Hochziehen. Anwinkeln. Wieder lang strecken. Und tief. Schultern weg von den Ohren. Versuch nicht im Oberkörper zu verkrampfen. Vier Stück noch. Die letzten drei. Hebe den Oberschenkel an. Weg vom Boden. Spür die Beinrückseite. Spür ein Gesäß. Zwei mehr. Und dann heben wir beide Beine an. Ein letztes Mal. Zieh hoch. Winkel an. Geh zurück. Einmal ablegen. Hebe beide Beine an. Und kleine, schnelle Schwimmbewegung. Die Beine aneinander vorbei. Weiter atmen. Atme ein durch die Nase. Und atme aus durch den Mund. Für vier. Für drei. Für zwei. Und setz die Beine wieder ab. Sehr gut. Dreh die Füße jetzt nach außen. Die Fersen zeigen zueinander. Aber schieb die Beine weiter nach außen. Leg den Kopf ab. Und mit der Ausatmung hebe die Beine an. Einatmen zurück. Das solltest du jetzt viel mehr im Gesäß merken. Ausatmen. Zieh nach oben. Solltest du deinen unteren Rücken merken, schau nochmal, dass dein Powerhouse wirklich aktiviert ist. Immer wieder hochziehen. Die Fußspitzen nach außen weggedreht. Ausatmen. Hoch und zurück. Konzentrier dich auf deine Beine. Konzentrier dich auf dein Gesäß. Zwei Stück und dann halten wir oben. Noch einer mehr. Achtung. Jetzt schiebst du die Beine wieder hoch. Halte oben und wir kommen in ein Heel Beat. Bring die Fersen für zwei zusammen und öffne. Aus, aus, ein. Aus, aus, ein. Lass die Beine weit oben. Bring die Fersen zweimal zusammen, als ob du mit den Fersen klatschen willst und wieder öffnen. Pointe die Füße. Gleich geschafft. Einer mehr. Und öffnen und ablegen. Super. Wir legen uns auf die Seite. Wir drehen uns zueinander. Das heißt, du kommst auf deine rechte Seite. Ich gehe auf die linke. Streck dein linkes Bein lang weg. Beide Hüftknochen übereinander. Deine Taille weg vom Boden. Neutrale Wirbelsäule. Setz die linke Hand vor die Brust. Schieb dein Bein nach hinten weg. Winkel es an. Zieh das Knie vor. Und streck den Fuß zu mir nach vorne. Bicycle. Einatmen. Nach hinten weg. Ausatmen. Nach vorne. Lang gestrecktes Bein anwinkeln. Und wieder vor. Kontrolliert. Die Taille kommt nicht auf den Boden. Vier mehr. Drück den Fuß zu mir. Drei Stück. Und dann hältst du zu mir nach vorne. Die letzten zwei. Einatmen. Ausatmen vor. Ein letztes Mal. Halte hier. Ferse zu mir. Ausatmen. Schieb das Bein nach oben. Und ein wieder tief. Leg es nicht ab. Bring es hoch. Und geh wieder tief. Ausatmen hoch. Vier Stück noch. Dann kommt ein Single Leg Circle. Drei mehr. Zwei. Ein letztes Mal. Pointe den Fuß. Schieb das Bein zurück. Single Leg Circle. Kreise das Bein. Über vorne. Ausatmen. Nach hinten weg. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Spannung vom Bauch halten. Zieh nach hinten weg. Große Kreise aus dem Hüftgelenk. Vier Stück noch. Die letzten drei. Zwei mehr. Ich hoffe, du merkst deinen Po. Achtung. Jetzt kommen die Knie zusammen. Die Füße weit auseinander. Und mit der Einatmung bringe die Füße zusammen. Ausatmen. Bring die Knie zusammen. Und einatmen die Füße. Immer im Wechsel. Knie. Und Füße. Spannung halten. Knie. Und Füße. Gut. Versuch auch hier, dein Powerhouse aktiv zu halten. Nur mit deinem Gesäß und deinem Bein zu arbeiten. Aus deinem Hüftgelenk. Drei Stück noch. Und öffne. Zwei mehr. Und das letzte Mal. Zieh zusammen. Die Füße zusammen. Und absetzen. Locker den Po aus. Super. Einen Klopfer. Und dann drehen wir uns weg voneinander. Du kommst jetzt also auf deine linke Seite. Streck dein rechtes Bein weit weg. Die Hüftknochen sind aufeinander. Flex den Fuß. Wir fangen mit dem Bicycle an. Schieb das Bein nach hinten weg mit der Einatmung. Winkel es an. Zieh dein Knie nach vorne. Und drück die Ferse vor. Nach hinten weg mit der Einatmung. Und ausatmen vor. Einatmen nach hinten weg. Und vor. Bicycle. Kontrolliert. Vier Stück noch. Bein nach hinten schieben. Anwinkeln. Knie vor. Langstrecken. Drei mehr. Dann hältst du wieder vorne. Der Fuß bleibt geflext. Die Taille weg vom Boden. Einer mehr. Achtung. Halte das Bein vorne. Flex den Fuß. Schieb das Bein nach oben. Und ein. Zurück. Ausatmen. Hoch. Und aus. Und aus. Nur aus dem Gesäß arbeiten. Vier Stück. Dann kommt der Single Leg Circle. Drei. Zwei. Einer mehr. Schieb das Bein wieder zurück. Pointe den Fuß. Und mit der nächsten Einatmung. Fang an, das Bein über vorne zu kreisen. Und ausatmen nach hinten tief. Große Kreise. Mit dem Fuß. Gepointet. Einatmen. Und aus. Wenn du merkst, dass du dann deine Taille auf den Boden drückst, mach die Bewegung erstmal nicht so groß. Drei Stück. Die letzten zwei. Einer mehr. Jetzt kommen wieder die Knie zusammen. Bring die Knie zusammen. Und mit der Einatmung bringen die Füße zusammen. Dein Knie zeigt nach oben. Ausatmen. Und ein. Immer im Wechsel. Knie zusammen. Und Füße zusammen. Große Bewegung aus dem Hüftgelenk. Spannung halten. Den Kopf einfach auf deinem unteren Arm liegen lassen. Powerhouse weiterhin aktiv. Die letzten vier. Dann haben wir auch die Seite geschafft. Drei Stück. Und zwei. Große Bewegung. Ein letztes Mal. Bring das Bein tief. Locker den Po aus. Und dann drehen wir uns auf den Rücken. Komm in Rückenlage. Und stell deine Fersen weit weg von dir auf, so dass wir in die Beinrückseite arbeiten können. Leg den Kopf ab. Die Hände neben deinem Körper. Aktiviere dein Powerhouse. Und mit der Ausatmung schieb dein Po nach oben. Ein zurück. Schulterbrücke. Und während du mit dem Po nach oben gehst, drück die Fersen in den Boden Richtung Schulterblätter. Ausatmen hoch. Es geht nicht darum, dass du super hoch kommst. Es geht darum, dass du dein Gesäß und deine Beinrückseite aktivierst. Dass du dein Schambein Richtung Nase ziehst und dein Becken richtig kippst. Ausatmen hochziehen. Untere Rippenbögen schließen. Geh wieder zurück. Zieh nach oben. Und zurück. Wir machen noch zwei Stück. Und dann halten wir oben. Ausatmen. Schambein Richtung Nase. Roll dich auf. Geh wieder tief. Jetzt kommst du hoch und hältst Schambein Richtung Nase. Zieh dein rechtes Knie Richtung Brust. Stell das wieder ab. Und das linke Knie. Achte jetzt darauf, dass du nicht mit der Hüfte von rechts nach links kippst. Sondern wirklich stabil hältst von der Körpermitte. Ausatmen, ranziehen. Und zurück. Sechs Stück noch. Rechts, links. Immer wieder das Knie Richtung Brust. Die letzten vier. Drei mehr. Ausatmen. Zwei. Noch einmal das linke Bein. Jetzt hebst du nochmal das rechte und hältst es oben. Halte. Mit der nächsten Einatmung geh mit dem Po tief. Drück den Po hoch. Du musst nicht komplett auf den Boden kommen. Aber du gehst mit dem Po tief und hoch. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Wenn dir das zu viel ist, dann mach es mit beiden Beinen. Beide Fersen dann wieder zurück auf den Boden. Die letzten zwei. Dann wechseln wir. Einer mehr. Setz die Ferse ab. Halte den Po oben. Linkes Bein ran. Tief geh mit dem Po. Ausatmen hoch. Geh tief. Drück nach oben. Ausatmen. Und hoch. Die letzten vier. Dann hast du es geschafft. Drei mehr. Push. Ein letztes Mal. Nimm den Po tief. Ziehe beide Knie ran. Und kreise die Knie einfach auseinander. Und dann auch mal über die Mitte. Nach unten. So wie es für dich gut ist. Sehr, sehr gut. Du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Workout gefallen hat. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Als Patron hast du je nach Stufe zum Beispiel Zugriff auf unser Livestream-Archiv. Und kannst Zoom-Classes mit mir machen. Wenn du auch Mitglied bei Patreon werden willst, dann findest du den Link hier unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Deine Lena Deine Lena Deine Lena Deine Lena Vielen Dank.